Loll, der saft noch. Der Server hat noch nicht mal gestoppt. Alter. Machen wir aber in Kreativmodus, oder? Alles in die Luft. Nein. Nehmt nur das TNT, das mir so Kraft gönntet. Ja, genau. Sollen wir alles auf einmal hochsprengen, oder? Dann setz ich hier den Properties direkt auf, Kreativ. Jetzt zähl doch mal noch kurz. Wir nehmen nur auf, wie wir's sprengen, oder? Hä, grad läuft die Aufnahme noch weiter, oder? Ja, ja, ich lass kurz laufen, es dauert ja nicht lang. Ja, nee, Jan will, ich würde noch alles kurz in Ruhe reinschmeißen, was ich hab. Ja. Halt's Maul. Ey, warum nicht? Im Safe hast du in der Inventar. Hä, ich willst du, dass in der Truhe drin ist für die Zuschauer. Halt's Maul. Hä, das haben sie ja denn nicht. Ja, und? Wer will dein Inventar? Hey, ich hab ne volle Dia-Rüstung. Ah, ist klar. Ja, das mach ich doch jetzt nicht in der Aufnahme. Hä, was soll ich's sonst machen? Hä? Wir machen es ja jetzt, hey. Dann starte ich nachher den Safe nochmal kurz neu. Mach doch einfach jetzt kurz. Halt's Maul, ich hab so ne neue Welt drin. Halt's Maul, Alter. Ja, jetzt auf und selber wieder. Hey, man schaut, ich mein Creative Roll. Ich kann keine Befehle eingeben. Er muss uns vielleicht noch. Ja. OP geben oder so. Ja, ich hab's grad über die Kontrolle übergeben. Ja. Hey, damit wusch ich mich auf dem Server? Nein. Ich bin auf dem Minecraft Neustart. Warum? Invalid Session. Ah, ist klar. Invalid. It's Maul. Ich hab's gesagt danach. Als ob ich die Scheiße jetzt nochmal zweimal neu starte in der Aufnahme. Du hätt's einfach lassen können vorher nur eine Minute. Alles Maul, danach. Ist doch scheißegal, wann du deine Scheiß Kiste hier rumschaltest. Ja, guck, dann hast du danach nochmal einen Aufwand. Wenn du hättest eine Minute länger laufen lassen können, dann... Dann hätten die Zuschauer sich nicht gefreut. Dann wär's auch geregelt. Nee. Ja, und ihr will... Nein! Was ist? Habt ihr schon angefangen mit Sprenge? Ja. Warum? Ja, weil... Hier sprengt alles in Luft. Warum? Oh, Dani, was warum? Hä? Ja, weil ich das da drüben gesetzt hab und da drüben hab ich doch die Lampen vor meinem Haus. Oh. Da drüben die Lampen vor meinem Haus und die sind ja mit Redstone verbunden. Oh, du bist ja ein Hegel. Weil ich das da drüber gesetzt hab und nicht gemerkt hab, das ist ein Sinn. Guck mal, der will... Den will... Die Villager hier an. So geil. Der da oben. Wann? 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 Weiß ja nicht, Jan, wolltest du vielleicht nicht noch kurz bevor wir alle springen zeige, was denn so baut hin? Wann? Alles klar. Ja, jetzt ist doch schon halbe Zeug weg, Alter. Die wissen wir es nicht. Die wissen wir es nicht. Ja, hätt ich halt noch gemacht vielleicht. Weil wir haben ja schon einiges gemacht und ich glaub... Aber ich würd sagen, am Ende lass ich's noch kurz durchlaufen einfach. Was? Ohne, dass wir dann noch Scheiße dazu labern. Und wir können ja trotzdem dazu was sagen noch. Am Ende in der Timelapse... Ja genau, dann geben wir nochmal kurz den Save, dann räuch ich mal eine Sache auf. Am Ende in der Timelapse lass ich die Scheiße einfach durchlaufen. Was willst du in der Timelapse durchlaufen lassen? Ich filme alles. Und... Als ob... Was? Als ob du wirklich nochmal überall hin willst. Junge, es ist doch überall schon TNT und die halbe Dorfmitte ist weg. Als ob ich das jetzt da reinnehme. Was ist mit dir? Oder soll ich jetzt nochmal extra die andere Welt reinpacken, schnell? Ja. Als Maul. Aber du musst auf jeden Fall nochmal die andere Welt reinpacken. Ja wie gesagt, ich wollte hier keinen Cut mehr setzen. Sollen wir den Zuschauern alles zeigen, wie wir hier failen? Also du musst auch nochmal andere Welt reinmachen, ob ich meine Zeug aufbauen. Ja, ich weiß. Hab ja gesagt, das machen wir danach. Dass man die Scheiße indentiert zeigen muss. Oh, jetzt bin ich im Netter. Aber bitte zünde es nicht ohne Absicht nochmal, Dadi. Das war nicht mit Absicht, ehrlich. Hab du gesagt, bitte zünde es nicht mehr ohne Absicht. Achso, ja. Probiert. Oh, die... Villager. Alter. Ja klar. Alles klar. Guck wie stark das selber legt. Bis bitte. Zack, 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 zack. Jaaaa. Jaaaa. So. Ähm, war das schon in meinem Haus oder darf ich da selber TNT verteilen? Machst du selber TNT? Also oben bei deinen Tieren war ich schon. Du Arsch. Ey was ist hier los? Hier noch was? Hä? Alter ich muss aufpassen wegen der Druckplatte in meinem Haus. Oh scheiße. Ich glaube ich habe... Ich muss echt nicht aufpassen. Weil ich habe sicherlich irgendwo ein paar Schalter aktiviert. Ich würde sagen, leg mal nur TNT bis zum einen raus. Aber das ist ein bisschen zu weit. Weisch hätten wir das nachts gemacht, das ist nicht passiert. Dann waren die Lampen nämlich nicht aktiv gewesen. Ja. Jetzt schrenge ich Freddy´s Haus aber voll ganz weg. Zack, zack, zack. Jaaa. Jaaaaaaaa. Jaaa. 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 Ich glaube ich... Ich.. Jaaa. Jaaa. Aber da hab ich mich trotzdem so kompliziert, da muss man komplett TNT da rüberlegen, was magst du? Okay, okay. Alles klar. Hä? Zack, 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 zack. Nio. Hey, ich kann nicht mal deine Fickwölfe auch mal ärgern. Ich hab mir schon so viele Rüstungspunkte weggebracht. Ich krieg alles zurück. Du weißt mir, dass ich so viele Hundelehr weggebracht habe. Ja, ich hab nie einen Hund getötet von ihr. Aber du hast so viele Geschwächt. Ja, vielleicht egal. Die haben wieder dein Fleisch kudert und fertig. Äh, ich port mich mal kurz zu dir, Jan. Bin in der Mitte. Alter. Ich hab keine OP. Alter. Ich komm aus meinem Haus nämlich richtig raus. Und du bist richtig. Okay. Oho. 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 Nein, das ist doch langweil, wenn wir nicht alles auf einmal sprengen. Jetzt kann ich den Glasgang aber nicht mehr runter, scheiße. Ich lege keinen Stein rüber, das wird zu blöd. Stein rüber? Jetzt kann ich den Glasgang wieder runter. Ja okay, warte, aber jagst du nicht ruhig, ich mache einen Weg rüber. Wo ist denn das TNT rüber? Ja, ich habe einfach nur gebraucht, um die Web-Stand-Fakten wegzumachen, darum habe ich einfach TNT hingelegt, wenn es gezündet wird. Geht's aber sicher runter, Jan. Ja? Ja, in dein Haus runter, das da explodieren. Machen die eigentlich nur außerem TNT'n oder auch in da drin? Ich habe auf jeden Fall in meinem Haus. Ja, ich habe auch komplett alles ausgefüllt. Dommel, mach aber den Ding noch nicht weg. Was? Den Gang nach unten macht er noch nicht voll. Ich lege nur jetzt vom Land rüber, TNT. Soll man auch nur nether rein, so nether fahren, Hurt? Ja, ich war gerade einmal auch so nether. Aber das geht gar nicht, Landhof. Ähm, wo ist der Wassergang? Warte, ich glaube eh gleich hoch geflogen. Ja, der Glasgang. Ja, mach selber. So, zack, zack. Kann ich auch mal mit Bauer in die Luft sprechen, der für mich hier unten immer jahrelang gearbeitet hat. Ah, Mann. Äh, schon Neger, schade jetzt. Oh. Mein Haus geht nicht in die Luft. Achso, da war eine Druckplatte. Alles klar. Also, den Glasgang können wir nur sprengen, aber mehr gibt's da unten nicht mehr. Nein. Ah, da gibt's noch einen ganz langen Glasweg, was ich mal gedauert habe. Und das Porsche auch nicht, Mann. Nein, den würde ich nicht aufhalten. Halt's mal. Das ist halt gesagt. Das ist halt das Maul halt. Alles aufhören, weil das so cool ist. Das soll man jetzt mal zünden, Alter. Nein, chill mal noch kurz. Ich muss noch kurz zum Ding was hin machen, ähm, zur Eisefarm. Hä? Dani, zu dir kommt das TNT ja gar nicht rüber. Ja, weil ich muss da nochmal eine Linie legen. Ja, mach eine Verbindung zu mir einfach, oder? Ich mach gar eine Linie. Von der Eisefarm. Ich schick. Ja, aber die Bäume müssen wir auch wegsprengen. Nein, Maul. Hä? Du hast gar ein Schaf entkommen. Du hast gar von oben von deinem Hüttler runtergesprungen. Hä? Ja, bei mir oben bei den Viechern hast du, äh, den TNT. Ja, ja. Ich spreng auch noch deine Bäume da weg, deine komische Akaziescheiße. Ja, mach schon den Weg zum Dani rüber. Hab ich schon. Mach's aber nicht. Ich weiß nicht, ob das über C-Rose drüber geht. Ja, geht. So, und zack, zack, zack. So, bis die Minute ist das übergelebt. So, bis zum nächsten Mal. So, wie sie auf einem Gericht? So, bis zum nächsten Mal. So, bis zum nächsten Mal.